Herzlich Willkommen zu den DNA Erklärvideos. Unser Thema heute, unsere Philosophie. Unsere aller Geschichte beginnt als Kleinkind und unseren unermüdlichen Versuchen, das Laufen zu erlernen. Trotz aller Widerstände und tausendsten Misserfolgen, lassen wir uns nicht von unserem Ziel abbringen. Wir stecken voller Potenzial. Später ist das leider nicht immer der Fall. Schwierigkeiten während der Schul- oder Ausbildungszeit? Probleme im privaten Bereich? Unpassende Führung, berufliche Rückschläge, Ängste und Druck können unsere Potenziale zurückdrehen. Unser Selbstvertrauen, unsere Motivation oder unsere Misserfolgstoleranz sinken. Woran glauben wir? Wir glauben, dass diese von Natur aus vorhandenen Potenzialen wiederentdeckt, neu aktiviert und trainiert werden können. Wenn wir unser Potenzial optimal nutzen können, sind wir glücklicher und leistungsfähiger. Was genau machen wir? Wir entdecken dein individuelles Potenzial mithilfe wissenschaftlicher Methoden. Wir helfen dabei, deine Stärken aufrechtzuerhalten. Wir zeigen dir, wo du Potenzial hast und wie du es fördern kannst. Das war's auch schon von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Entfaltet dein Potenzial mit DNA Entfaltet ein. Entfaltet dein Potenzial mit DNA